Hey ho, guten Morgen aus dem Dohmeier Park. Heute findet eine kleine Festivität statt, denn der Spielplatz hier ist erweitert worden. Ich stelle die Spielgeräte einmal ganz kurz vor, der Vollständigkeit halber auch ein bisschen. Und vielleicht sehen wir ja sonst noch das eine oder andere Geheimnis des Parks. Jo, die erste Mini-Information. Dem einen Maronenbaum beim Denkmal geht es ganz vorzüglich. Der hat schöne Blätter entwickelt. Ist wahrscheinlich ein schöner Sommer für den. Vielleicht ein bisschen heiß und ein bisschen dröge, aber der entwickelt sich gut. Das erste Spielgerät sehen wir hier. Das ist ein kleines Fernrohr. Man kann sehen, hier drin ist gerade das Plastik beschlagen, sonst könnte man da vielleicht mal versuchen durchzufilmen. Damit kann man also hier im Park den Rundumblick genießen, vielleicht die kleinen Vögelchen beobachten. Das erste Spielgerät. Außerdem gibt es im Bereich des Spielplatzes, also des Spielplatzes, der da schon Bestand hatte, noch dieses Xylophon, wo man so ein bisschen seine musikalischen Fähigkeiten ausprobieren kann. Die anderen Spielgeräte befinden sich nämlich weiter im Parkinneren. Und da latschen wir jetzt hin und gucken uns an, was es gibt. In dem Bereich kann man vier Sportgeräte sehen. Die habe ich glaube ich auch schon mal ein bisschen gezeigt. Da gab es nämlich ein Mini-Video zu. Allerdings ohne irgendwelche Übungen. Ist auch nicht so nötig. Dem zweiten Maronenbaum hier geht es auch ganz vortrefflich. Super, das freut uns. Der darf also noch wachsen und gedeihen. Und weiter hinten im Park sehen wir doch ein weiteres Sportgerät für Kinder zum Hangeln. Gibt es hier verschiedene Kletterwände. Das eine sieht so ein bisschen aus wie eine Hängematte. Aber ich glaube, da kann man entweder ja abchillen oder auch versuchen drüber zu krabbeln. Der Fantasie ist, da keine Grenzen gesetzt. Sind da keine Grenzen gesetzt. Und hier gibt es noch einen Barren. So sieht das aus. Sehr rustikal. Da habe ich eben gerade schon Sportler gesehen, die Dehnungsübungen da machen. Aber natürlich kann man da auch super drauf rumklettern. Unten ist ein Kiesboden, damit man relativ weich fällt. Und das sind so die neuen Spielgeräte. Die werden heute auch noch im Rahmen einer kleinen Feier eingeweiht beim Jugendzentrum. Da nehme ich aber nicht dran teil und mache da keine Aufnahmen. Deswegen stelle ich das hier in diesem Video kurz so vor. Jo, das Beste kommt zum Schluss. Hätte ich beinahe vergessen bei meinem Spaziergang durch den Park. Es gibt hier diese Bühne mit dem Sonnensegel und Sitzgelegenheiten. Eine Rampe zum Rauffahren, wohl für Rollstuhlfahrer. Man sieht in der Mitte ein Schachbrettmuster. Hier könnte man also Schach spielen, aber auch vielleicht Theater spielen. Irgendetwas in dieser Art. Das gehört natürlich auch noch dazu und darf nicht vergessen werden. Ja, der Park entwickelt sich also immer weiter. Ich finde das super klasse, dass hier solch ein reichhaltiges Angebot für Sport und Spiel geschaffen und erweitert wird. Mir persönlich würde es natürlich auch noch sehr gut gefallen, wenn der Park durch Brücken ein klein wenig besser erreichbar wäre. Wenn es hier, abgesehen vom Juts, noch andere richtige öffentliche Toiletten gäbe. Vielleicht entwickelt sich das ja noch in der Zukunft. Wir wissen es nicht. Das war auf jeden Fall erstmal ein Mini-Überblick über unseren Domeyer-Park.